Hallo und herzlich willkommen bei outlet46.de. Heute am Freitag vor Weihnachten begrüßen wir euch ein letztes Mal, bevor es dann in den Endsport dieses Jahres geht. Und wir wollen mal wieder heute ins Lager gucken. Ich denke, das interessiert euch auch sehr. Und wir schauen einfach mal rein. So, wir sind jetzt hier bei uns im Lager und ich sehe auch gerade, da ist der Weihnachtsmann auch zu Gast. Ho, ho, ho! Wann ist man da? Es ist ein Ungeleuchte, muss kommen, wenn es ein Geschenk ist. Also den verfolgen wir jetzt erst mal. Ho, ho, ho! Wann ist man da? Ich weiß jetzt nicht, ob da am Tag Nuhwein zu viel ist. Ja! Also der Weihnachtsmann hat auch sehr viel Spaß hier bei outlet46.de. Und wir lassen jetzt mal seinen Job machen und wir gehen jetzt erst mal ein paar Artikel anschauen. Ho, ho, ho! 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 So, Weihnachtsmann mischt den Laden hier ganz schön auf. Muss aufpassen, dass er seinen Sack im Griff hat und hier nicht reinsteckt. So, wir schauen jetzt einfach mal hier rein. Und wir können ja einfach mal hier für die Damen... Caprice. Caprice, Pumps. Jetzt stehen bestimmt noch ein paar Weihnachtsfeiern an. Auch wenn es jetzt kurz vor Weihnachten ist. Ich denke, für die Frauen ist da was dabei. Ein sehr schlichter Look. Spitze Fußspitze. Hier mit einem großen Keilabsatz. Also für die Damen ist hier ordentlich was geboten. Das sind natürlich nicht die einzigen Caprice Schuhe, die wir hier haben. Gibt natürlich auch noch mehr. Das hier nur ein kleiner Einblick. Jetzt mal macht mich fertig. So, und hier geht es dann auch schon weiter. Wie ihr seht, wir haben hier Adidas, Nike, Under Armour und viel mehr. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch noch mal Reebok Classic für Damen. Hier in Kaki. Die typische Reebok Form. Gepolsterter Schaft. Und natürlich mit Echtledermaterial hier perforiert. Also auch atmungsaktiv. Das zum einen sind natürlich auch nicht die einzigen Reebok, die wir haben. Da gibt es noch viel mehr. Zum Beispiel hier hätten wir auch noch Adidas mit Cloud Form und Ortolight. Also atmungsaktiv. Und da wir vorhin was für die Damen hatten, hatten wir jetzt auch hier was für die Herren. Mark Schuhe. Also ein paar schicke Abendräter. Haben wir jetzt natürlich hier verpackt. Das sieht ein bisschen doof aus. Ganz einfach. So, wir hatten hier einmal von Mark Schuhe ein paar Schnürschuhe in Broke Form. Hier mit der Full Broke Form. Bedeutet hier einmal perforiert bis hinten zur Ferse. Die typische Lochung. Und eine sehr robuste Außensohle. Schaut bei uns einfach mal im Shop vorbei. Für jeden Anlass gibt es hier was zu bieten. Und da wir natürlich nicht nur Schuhe haben, sondern auch schicke Klamotten. Werden wir da mal kurz vorbeischauen. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel Aniston. Was für die Damen. Ein Shirt mit tiefem Grundteilsausschnitt. Oder natürlich haben wir ja auch Puma. Was das ist, können wir uns vielleicht mal ansehen. Einmal ein Kapuzenpullover von Puma. Natürlich mit dem Puma Logo. In Sweater Qualität. Hier mit Kordelzügen. Ist auch nicht der einzige. So, da gehen wir wieder an nach einer kleinen Störung. Sollte natürlich nicht allzu oft passieren. Wie gesagt, hier ist der Puma Sweater. Schaut bei uns im Shop vorbei. Ihr könnt euch natürlich über andere Kapuzenpullover auch freuen. Wir haben nicht nur Puma zu bieten, sondern auch vieles vieles mehr. Natürlich auch Jeans oder Jacken. Wie gesagt, Schuhe. Natürlich auch Kosmetikartikel wie Parfüm, Duschgel oder auch Damenaccessoires wie Ketten. Oder, naja, sämtliches Zeug, was die Dame halt so glücklich macht. Haben wir natürlich auch alles hier. Und das war's erstmal heute für den Freitag vor Weihnachten. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und ich denke mal, der Weihnachtsmann hat sich auf den Weg zu euch gemacht. Und das euch mit reichlich outlet46.e Artikeln beschenkt. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin viel Spaß und frohe Weihnachten. väichlich soluDe und frohe Weihnachtsmann, Psikum war halb adjustable. Vielen Dank.